Stalker So arbeiten Stalker. Sie sehen aus wie harmlose Passanten, aber vermitteln für mich eine wichtige Information. Leck dich selber, du Arschloch-Stalker. Und der nächste, da. Stalker. Stalker Pack. Ja, pass auf, Alter. Von mir weh gar nix, du Wichser. Flutscher mal am Finger. Ja, eines. Stalker Wechsel. Ja. Ah ja. Stalker. Stalker. Ah, du hast mich auch schon gestalkt. Stalker Arschlocher. Aber Dreckspack. Stalker Arschloch. Auch im Einsatz. Seid ihr geschlagene hässliche Kinder. Hi. 20 dicken Eier, nehme ich. 20 dicken Eier? Ja. Ist egal. Du bist ein Stalker Arschloch. Du Stalker Arschloch. Du Stalker Arschloch. Stalker Dreckspack. Das, wenn du nach Riescom arest, kannst du nach Organisch essen. Dann случieren Sie diese shedest Chiwa-Sprự. Morant Stalker Soh, Sie... Du bist hier. Soh, das Sch stairs wird nicht wahr. Nein! Stalker! Stalker! Arschloch! Stalker, Arschloch! Ja, du bist gemeint. Guck mal in die Kamera. Stalking ist ein organisiertes Verbrechen und kostet dich drei bis fünf Jahre Gefängnis. So arbeiten die Stalker-Arschlöcher, genau so. Dann vorbeigehen, Geräusch machen, das ist dein Job als Stalker. Die gefällt mir nicht. Fick dich, du Wichser. Hast du Probleme mit dir selber, wa? Du kriegst Probleme, aber mächtige Probleme wirst du kriegen. Du gehst Stalker, Arschloch! Genau wie du, scheiß Türke! Stalker, Arschloch! Abba! 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 Stalker, Arschloch! Abba! Fick dich! Drecksau! Ah ja, Besen, auch gern benutztes Geräuscherzeugungsinstrument. Ja, erlebe ich öfters. Jetzt kann ich das hier mal auch dokumentieren. Genau, das ist Stalking. Ja. Mal kosten wie alle hier 1,39 Euro oder nur die alten. Alle? Kilo Preis. Habe ich nicht verstanden, alle oder nur die alten. Kilo Preis. Kilo, die da und die da. Ah, das wollte ich wissen, siehst du? Dankeschön. Oder du kannst diese nehmen, dann mach ich dir günstiger. Ja? Ja, ja. Mach dir Kilo 79 Cent. Ja gut, genau, mach ich. Lass noch eine, willst du? Ja, nein, 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 zu viel ist zu viel. So. Zu viel du kannst mal eine. Super. Was macht das? Verstopfen. Genau. Ah, nein, davon brauche ich nichts mehr. Das ist okay. Sagst du bitte, ja? Na ja, sag ich. Ja, da reichen so ein paar Schuhe, die Geräusche machen. Und schon hat man eine perfekte Stalkerin. Oder gibt einem Besen, der Stalk perfekt. 注chen. Was ist sagst du Pist? Das ist sagst du. Boma, die 번째 ist nicht so. Ich sagst du. Ist das nach wie�� gehen? Ja, oh ja. Das ist sagst du! So dock zu sch 본. Was ist sehr SRF? Das ist die Kamera ja? ja schön macht ihr die geräusche super super leistung wer hat euch erklärt wie das geht mit den geräuschen machen echt hat ihnen keiner erklärt wie das geht aber können die so von natur aus aber glaube ich nicht ich nehme an die haben eine spezielle schulung erhalten ja ich habe auf der universität studiert damals ja da habe ich eben nicht gelernt so geräusche zu machen verstehen sie ich habe gelernt zu denken mich vernünftig zu verhalten eben korrekter typ zu sein ja dankeschön ja 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 super er ist doch gar schon mal krieg ich hier eine maske kann ich denn hier einkaufen ohne kann ich einkaufen ich habe meine scheiße maske zu hause vergessen wo gibt es denn die nächste wo gibt es die nächste stinke da stalker drecks pack ekelhaft das sind stalker wie sie im buche stehen stalker bist du ja du bist ein stalker aber hallo du siehst so aus wie einer und du hast dich vor allen dingen so an wie einer stalker bitte acht flaschen ja vier von dem polnischen und zweimal weg zweimal krombacher und dran zweimal und ocb slim auch zweimal ohne blättchen ohne tipp so sieht stalking aus und hört sich an hat sind stalker bitte was ich verstehe nicht vier von dem polnischen wegs egal die grünen da ja zwei stück reichen aber ne so viel habe ich nicht komm nimm bitte da die zwei decks wieder weg da sind es 24 ok dann nimm noch eine weg von dem die beiden krombacher auch immer noch so viel da war doch jetzt war nicht richtig 21 24 ja genau dann hat sie gut dann geht doch ja geht doch stalker die die dahin du stalker Hey, Stocker! Hier ist einer! Von deinem Verein! Der gehört auch zu dir! Stocker, Arschloch! Hey, du! Lappen! Bist du zu Hause? Soll ich mal klopfen bei dir! Oder viel weg! Wo ist meine Paketsendung? Du Stocker, Arschloch! Ich will mein Paket haben! Vieh weg! Ja, Vieh weg! Gib mein Paket raus! Stoff, Arschloch! Stoff, Arschloch! Tschüss!